Moin Moin, Gute, Servus, Konnichiwa, Grüß dich alle miteinander, es muss schnell gehen heute, denn heute ist es soweit der ultimative, bunte, riesige, explosive, wahnsinnige Two-Round-Mock-Draft kurz vor dem Draft. Ja, auch dieses Jahr gibt es wieder zwei Runden, deswegen müssen wir hier durchrasen, weil ihr habt ja vielleicht morgen noch was vor, deswegen Baller, 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 64 Picks, kurze Einschätzung, hier und da wird es nicht ganz so kurz gehen, aber ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und weiter geht es hier, auf die Maus und los und die wilde Fahrt. Und ja, wenn wir schon reden wie auf dem Rummel, dann sind wir auch auf dem Rummel, Jacksonville Jaguars First Overall Pick, ich möchte mich hier nicht weiter verändern, ich sehe, dass dieses Team dringend den besten Spieler nehmen muss, der im Draft available ist, kein High Sealing oder was auch immer, Aiden Hutchinson, Air Trash of Michigan ist der Spieler, den Jacksonville holen muss. An zwei Detroit, hier ist es vielleicht ein bisschen anders, ich habe bei Icing the Kicker was von South Gardner erzählt, fände ich sehr gut, wäre für mich der Best Player available, aber ich denke, dass Detroit insgesamt eher eine andere Strategie hat, einen anderen Plan hat und davon ausgeht, dass ihr Cornerback-Situation sich so ein bisschen entspannen wird, Okuda auch mal ein bisschen mehr spielen wird, deswegen Trevon Walker, Defensive Line, Georgia, ich sage mit Absicht, Defensive Line. An drei, Houston Texans, alles ist möglich, alles kann sein bei Houston, finde ich, ist so ein Team, wie auch mehr oder weniger die beiden vor ihnen, die auf fast jeder Position dringende Needs haben, ich hatte hier vorher gern, Offensive Line ist für mich auch weiterhin ein großes Thema, aber er ist eben noch da, Ahmad South Gardner, der beste Cornerback im Draft meiner Meinung nach, vielleicht der beste Spieler im Draft, das werden wir noch sehen, aber so einen sollte man sich nicht entgehen lassen. Und an vier, die New York Jets mit einem ihrer doch recht vielen Picks in den ersten zwei Runden, hier hatte ich vorher den Gardner, ist jetzt weg, O-Line ist eine Option, ein Equonu, ein Neil, beides eine Option, zumal Beckton in letzter Zeit nicht immer fit war, könnte das definitiv helfen, aber ich denke, mit ihrem Headcoach, der von den 49ers kam, da die Defense gecoacht hat und weiß, wie wichtig eine geile Front Seven ist, Pass Rush haben die Jets schon lange ein Problem, Kayvon Thibodeau, Edge Rusher, Oregon. An fünf, die New York Giants und jetzt, Freunde, wird's richtig, richtig wild. Erinnert euch noch an die Eagles, als die doppelt nach oben getradet haben, um Carson Wentz zu holen, Haus und Hof verkauft. Erinnert ihr euch an die Chiefs, die hochgetradet haben für den Patrick Mahomes, von dem niemand gesagt hat, dass er A, ein glaring Need wäre bei den Chiefs und B, der beste Quarterback wäre, den du je gesehen hast? Naja, das haben wir ja bei John Marcus Russell gehört. Insofern, nichts ist garantiert und nur, weil wir sagen, die Quarterback Class, und auch ich sage, die Quarterback Class ist nicht so, auf den ersten Blick, nicht so geil wie die der vergangenen Jahre, heißt das am Ende nichts. Was ist aus Josh Rosen geworden? Wir sind alle geteilter Meinung bei Baker Mayfield und niemand hätte gedacht, dass Josh Allen der geilste in diesem Draft wird von damals. Also, alles ist möglich, wenn du als Team der Meinung bist, dass das der Typ ist und vielleicht brauchen wir noch ein, zwei Jahre, aber dass das dein nächster Patrick Mahomes ist, dann musst du dieses Risiko eingehen. Du wirst mit dieser Draft-Tabelle, was welcher Pick wert ist, nicht so ganz eins zu eins, das wird nicht hinhauen. Wenn ihr das mal durchrechnet, auch bei Carson Wentz vor ein paar Jahren, das ist nicht eins zu eins gewesen, weil das Team, was runtergeht, wird immer mehr verlangen, als es vielleicht wert ist. Also, ich kann das mal durchgehen, was im letzten Jahr der Fall war, da waren es, der zweite Pick waren 2600 Punkte, nicht im letzten Jahr, 2016 bei Wentz. Da waren es 2600 Punkte, der zweite Pick wert, der achte, den die Eagles hatten, war 1400. Mit dem, was sie abgegeben haben, im selben Jahr, im dritten, viertrunden Pick, dazu noch ein First und Second im nächsten Jahr, wo du ja nur ein Average nehmen kannst, da waren sie am Ende bei 3125 Punkten, die sie abgegeben haben, also mehr als 2600. Und so wird es auch dieses Jahr sein. Ich denke, die Giants geben ihren fünften Pick ab, dafür bekommen sie den 16. Pick, den 19. Pick und dazu noch einen Third-Rounder von den New Orleans Saints und vielleicht auch noch einen Mid-Round-Pick im nächsten Jahr. Uh, die Saints schocken den Draft. Ich bin mir irgendwie sicher, bei allem, all der Skepsis über diese Quarterback-Class, dass es ein Team geben wird, was ganz, ganz viel sieht in einem Quarterback und sagt, wir müssen dieses Risiko eingehen. Und vor allen Dingen ein Team wie die Saints, ich kann mir auch die Steelers hier sehr gut vorstellen, wie die Steelers, Teams, die sich normalerweise nicht so weit vorne sehen und die selbst die Picks, die sie jetzt haben, 16 und 19 in diesem Fall, oder die Steelers 20, sagen, das ist eigentlich für unsere Verhältnisse viel zu weit unten. Wir sind eigentlich viel später dran. Deswegen, wenn, dann müssen wir jetzt reagieren. Die Steelers haben jetzt hier das Pech, dass sie eben nur einen First-Round-Pick in diesem Jahr haben und ich glaube, das ist mehr Value, als zu sagen, dieses Jahr und nächstes Jahr. Ja, deswegen haben sie Pech, müssen zugucken, wie die Saints ihn diesen Pick vor der Nase wegschnappen. Malik Willis, Quarterback, Liberty. Wow, was für ein Schocker! Natürlich ist mir bewusst, wenn das nicht eintritt, ist dieser komplette Mock-Draft-Finn. Ah, 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 aber dafür ist der Mock-Draft da, dass man mal richtig schön tief reingeht und sagt, boom, das glaube ich, das passiert. Und vielleicht sind es nicht die Saints, aber ich glaube, irgendwas, die NFL ist mittlerweile so ein wilder Markt geworden, brauche ich es euch nicht sagen, ihr habt die Free Agency erlebt. Deswegen, irgendeiner kommt quer und macht was, mit dem wir nicht rechnen. Das, liebe Carolina-Panthers-Fans, wird euch jetzt nicht schmecken, weil die Panthers natürlich jetzt komplett geschockt sind. Die sind richtig tiefgekühlt jetzt auf einmal. Was machst du? Der Spieler, den du haben wolltest, ist weg. Gehst du jetzt auf O-Line, was meiner Meinung nach immer noch der biggest Need bei diesem Team ist, tradest du runter, da wirst du so schnell wahrscheinlich niemanden finden, der sagt, ja, komm, hier, du armes Ding. Nein, ich glaube, Carolina wird auf den Panik-Button drücken und sagen, Kenny Pickett, Kenny Pickett, Kenny Pickett, Kenny Pickett, Quarterback, Pittsburgh. So sehr Panik-Button ist es nicht. Vor allem Matt Ruhl weiß, was er an Kenny Pickett hat, aber dennoch vielleicht nicht der Spieler, den sie meiner Meinung nach gerne gehabt hätten. An sieben sind dann die Giants tatsächlich dran mit ihrem ersten Pick, der ihnen auch wirklich zusteht. Und die Needs sind immer noch dieselben. Und das ist doch ein Wahnsinn. Du bist an sieben dran und holst dir den Spieler, den du eigentlich vielleicht an fünf geholt hättest. Evan Neal, Offensive Tackle, Alabama. Acht, Atlanta. Quarterback-Upgrade muss her, aber ich sehe, wie gesagt, nicht, dass Atlanta da interessiert ist, hier vorne einen Quarterback zu holen. Vor allen Dingen nicht, wenn die ersten beiden jetzt schon vom Ball sind. Weapons, Weapons, Weapons. Ich habe es auch kürzlich bei Aislinge Kicker gesagt. Ich habe die ersten drei Wide Receiver der Fakins vorgelesen und kein Schwein weiß, wer die sind. Garrett Wilson, Wide Receiver, Ohio State, muss der Mann hier sein. An neuen Seattle. Ich bin immer noch der Meinung, O-Line wäre hier sicherlich toll, aber ich fände es schockierend, wenn sie es plötzlich ohne Russell Wilson wirklich mal ernst machen würden. Obwohl Dwayne Brown immer noch keinen Deal hat. Seattle bleibt Seattle, nie berechenbar. Das könnte jeder Spieler sein. Ich bleibe bei dem, was ich bei Aislinge Kicker gesagt habe. Jordan Davis, Defensive Line, Georgia, fände ich irgendwie, das könnte ich mir gut vorstellen bei Seattle. Zehn, die Jets. Viele Optionen, viele Optionen. Ich glaube, am Ende gibt es zwei Punkte hier, die für mich interessant sind. Wide Receiver und Zach Wilson eine Waffe geben oder Offensive Line. Equonu ist immer noch an Bord, Cross immer noch an Bord. Ich denke aber, dass die Jets in dem Fall sagen würden, okay, wir brauchen jetzt wirklich mal eine Waffe. Der erste Wide Receiver ist schon an Bord, aber weg. Wer weiß, da kommt irgendwann noch ein Run. Wenn wir jetzt aber an Tackle vorbeirutschen, dann rutschen die wirklich weiter runter. Weil Tackle Needs sind jetzt nicht mehr so viele in der ersten Runde. Wir bauen darauf, dass wir Early Second Round einen richtig guten noch bekommen. Und deswegen Drake London, Wide Receiver, USC. An Elf, Washington. Hier hatte ich in meinem letzten Morgen ein Trade mit Philly. Da gehst du es, Washington. Weil da war Philly noch mit drei Picks unterwegs. Washington, ich denke, die Needs sind eigentlich andere. Aber schlussendlich, wenn so ein Spieler an Bord ist, an Elf, dann kannst du nicht Nein sagen. Vor allen Dingen als Defensive-Minded-Head-Coach. Kyle Hamilton, Safety, Notre Dame. Musst du meiner Meinung nach an dieser Position nehmen. Zwölf, Minnesota. Die lachen sich ins Fäustchen, weil sie wirklich den Spieler kriegen, den einige mittlerweile schon als Top 5 sehen. Ist High Ceiling, High Risk. Schauen wir mal, ob es High Reward ist. Derek Stingley Jr., Cornerback, LSU. Den habe ich seit Ewigkeiten bei ihnen an Zwölf. Und ich denke, Cornerback würde hier sehr gut passen. Dry 10, Houston, den Pick, den sie von Cleveland haben. Und nochmal, alles ist möglich. Jeden können sie gebrauchen. Immer noch Offensive-Line-Thema. Aber ich bleibe jetzt bei dem Spieler, den sie ursprünglich auch auf dem Board beim letzten Mal bei mir hatten. Weil ich denke, okay, wenn sie jetzt Gardner geholt haben, dann können sie noch einen Playmaker für die Defense holen. Und auf einmal haben sie da vielleicht auf einer Seite des Balles tatsächlich ein Potenzial, wirklich wieder Plays zu machen. Und J.J. Watt, den vergisst man in Houston so schnell nicht. Aber vielleicht schafft er es. Jermaine Johnson, der zweite Edge-Rusher, Florida State. An 14, Baltimore. Passrush ist eine Option. Die Besten sind aber jetzt hier von Bord. Der nächste ist meiner Meinung nach für 14 ein bisschen high. Und deswegen ist es vielleicht ein etwas überraschender Pick für den einen oder anderen Ravens-Fan. Aber es muss Ikem Iquono sein. Offensive-Line, North Carolina State. Tackle, einige sehen ihn vielleicht eher als Guard. Das kann Vor- und Nachteil sein. Wie auch immer, ich sehe ihn hier als Tackle. Und mit der ganz klaren Einstellung. Ronnie Stanley, immer nur noch verletzt in den letzten Jahren gewesen. Die Ravens, ihr bester O-Liner, ist ein Schatten vergangener Tage. Der kann nicht weiter fallen. Du kannst so einen guten Spieler nicht tiefer fallen lassen. An 14 wäre das schon ein Stil für die Ravens. An 15, Philadelphia. Den Pick von Miami. Das war das Ding, was beim letzten Mock the Trade mit Washington war. Insofern fällt das ja jetzt weg. Bei zwei First-Rounden, die sie jetzt nur noch haben, ist für mich Wild-Receiver absolut unrealistisch. Sehe ich einfach nicht. Ich finde, andere Needs sind wesentlich wichtiger. Die Receiving-Class ist sehr deep. Da kannst du auch in der zweiten, dritten Runde zuschlagen. Deswegen Devonta White, Defensive-Line Georgia. Petra Cox wird nicht jünger. Und das ist, glaube ich, ein absoluter Playmaker. An 16, da sind dann jetzt die New York Giants dran und nicht die Saints. Den Pick, den sie in meinem Mock-Draft, in meinem Trade halt jetzt bekommen haben. Einen der Picks. Ja, also O-Line, Pass-Rush sind weiterhin die Prios. O-Line wurde schon mal bedient. Wunderbar. Pass-Rush, wie eben schon gesagt bei Baltimore. Ich sehe hier aktuell nicht so den Spieler. Ich denke, dass jetzt ein Run auf Defensive-Backs durchaus begehen kann. Weil das eine sehr tiefe Gruppe ist. Sowohl Cornerback als auch Safety. Safety vielleicht eher in die zweite Runde. Aber Cornerback geht jetzt hier ein bisschen was ab. Bradbury, starker Cornerback. Dory Jackson für mich kein, also ehemaliger First-Round-Pick, der sich in Tennessee überhaupt nicht wirklich durchsetzen konnte. Und einfach, also für mich eine Liability. Deswegen Trent McDuffie, Cornerback, Washington zu den Giants. 17. Die Chargers. Hier hatte ich immer Trevor Penning. Ja, aber jetzt ist Equono gefallen. Und das heißt, Charles Cross fällt auch. Charles Cross, Tackle, Mississippi State. 18. Die Eagles. Da geht der Cornerback-Run weiter. Andrew Booth Jr., Cornerback Clemson ist für mich ein absoluter Need bei den Eagles. 19. Wieder die Giants. in diesem Saints-Trail. Jetzt kannst du zuschlagen. Passage. George Kalaftis, Edge, Russia, Purdue. Für mich ein richtig guter Spot, an den er 19 zu kriegen. Und wenn die Giants das hätten, Neil, McDuffie und Kalaftis in der ersten Runde, das wäre ein brutaler Draft für die Giants. 20. Pittsburgh. Uh, nein, nicht Pittsburgh. Wir haben einen Trade, Freunde. Und zwar von 28 kommen hoch die Green Bay Packers an Nummer 20. Pittsburgh ist in dem Fall so ein bisschen das gebrannte Kind. Die beiden Quarterbacks sind weg, die Besten. Sie haben gewartet. Sie haben jetzt nicht das Gefühl, dass das, was sie jetzt vorhaben an 20, dringend nötig ist. Holen sich noch einen Second-Round-Pick von den Packers dazu. Können sie, glaube ich, gut gebrauchen. Und gehen runter und warten ab, was passiert. Die Packers, derweil aggressiv. Gute Kunst und LaFleur haben das in den letzten Jahren schon gezeigt, dass sie durchaus hier und da aggressiv sein können. Wenn sie einen Spieler sehen und sagen, der passt perfekt zu uns. Chris Olava, White Receiver, Ohio State. Ich weiß, ich hatte ihn erst kürzlich als einen Risikofaktor eingestuft. Nichtsdestotrotz hat er eben ein wahnsinniges Upside. Und ich glaube, das wäre ein gutes Team, um ihn auf die richtige Bahn zu bringen. Und vor allen Dingen, die Packers sehen halt hier jetzt einen ganz klaren Unterschied zwischen ihm und dem, was an Receivern danach noch kommen würde. Und eh vielleicht noch jemand anderes versucht, hochzukommen, würde die Patriots was machen. Das schlagen die Packers zu. Patriots an 21. Hier hatte ich vorher KI im Hegel im Cornerback. Ist immer noch eine Option. Mag den Pick weiterhin. Sehe aber einen Spieler an Bord, den ich in meinem letzten Mock schon wesentlich früher weg hatte. Jared Mayo ist ja der Co-Defensive Coordinator. Und der hat immer mal wieder fallen lassen, was der Defense ganz klar fehlt, ist mehr Speed. Und das stimmt. Das stimmt definitiv. Und einen Spieler zu kriegen, der diese Versatility mitbringt, die in New England sehr geschätzt wird. Dazu auch noch die Smarts. Dazu auch noch diesen Speed. Sideline ist Sideline und so weiter und so fort. Kann man nicht ziehen lassen. Vielleicht ein bisschen undersized im Vergleich zu dem, was New England sonst hat. Aber ich finde in Devin Lloyd, da kannst du nicht vorbei. Linebacker Utah. 22 Packers. Das ist der Pick, den sie von den Raiders haben. Und hier fällt ihnen jetzt jemand in den Schoß. Aufgrund des Falles anderer Spieler. Trevor Panning, Tackle, Northern Iowa für die rechte Seite an der O-Line. Packers genau der richtige Mann. 23 Arizona sind cool geblieben. Auch ein Team, bei dem ich mir durchaus vorstellen könnte, dass die aggressiv nach vorne gehen für einen Spieler. In dem Fall tun sie es nicht. Sean Johnson, Offensive Line. Boston College für die Interior Offensive Line. Da muss dringend ein bisschen Hilfe her. Und 24 Dallas. Ich habe mich in diese Idee einfach verliebt beim letzten Mock-Draft. Und ich bleibe knallhart. Tyler Linderbaum, Offensive Line, Iowa. Diese O-Line braucht dringend ein Upgrade. Braucht dringend wieder quasi 2.0. Und irgendwo musste er anfangen. Und dann nimmst du den besten Center, Schrägstrich Guard. Absolut vielseitige Waffe. Ganz wichtiger Mann für Dallas Defense. Äh, Offense. Entschuldigung. Offense. 25 Buffalo. Hier war vorher McDuffie. Der ist halt jetzt nach oben gerutscht. Bleibt bei der Position. Kairi Elam, Cornerback, Florida. 26 Tennessee. Hier hatte ich eine Kobe Dean. Linebacker vorher am letzten Mock mag ich. Habe aber jetzt in letzter Zeit das Gefühl, als wenn der eher in der zweiten Runde auftauchen wird. Jemand, der viel öfter mittlerweile in der ersten Runde genannt wird, ist Tyler Smith Tackle Tulsa. Und ich glaube, das ist auch hier die rechte Seite der O-Line braucht dringend ein Upgrade. Deswegen wäre das auch das ein sehr guter Pick für die Titans. An 27 Tampa Bay. Da bleibe ich bei dem Spieler, den ich das letzte Mal schon hatte. Canyon Green, Offensive Line, Texas A&M. Nochmal. Zwei Guards sind in der Free Agency weg. Einen hast du geholt. Hast also noch einen Open Spot. Und deswegen Canyon Green ist hier ein richtig guter, safer Pick für die Bucks. Und 28 Pittsburgh mit dem Trade the Packers ist das einer der Picks, den sie jetzt haben. Und es hätte nicht besser, besser in Anführungsstrichen kommen können für Pittsburgh. Desmond Ritter, Quarterback Cincinnati. Sie mögen vielleicht einen der anderen beiden lieber gehabt haben. Aber ich glaube, Ritter ist bei ihnen auch relativ weit oben auf dem Board. Und ich glaube, hier gibt der Punkt, da bin ich gespannt, eure Meinung. Ich glaube, es gibt viele, die sagen, ja, aber du hättest doch eher den Corral oder vielleicht den Howell oder wen auch immer Well. Wie auch immer, Ritter ist, glaube ich, jemand, den Pittsburgh recht positiv und hoch einschätzt. Und den kannst du jetzt entspannt neben die anderen Quarterbacks Rudolph und Trubisky stehen. Und ich glaube, der wird relativ schnell da schon klar machen, dass er der Bessere von den Dreien ist. Und da sind wir schon bei den letzten vier Picks der ersten Runde. Kansas City an 29 hatte ich vorher einen Trade mit Atlanta. Für Matt Corral, den sehe ich jetzt nicht. Drei Quarterbacks in der ersten Runde reicht bisher meiner Meinung nach. Atlanta wird diesen Move in dem Fall nicht machen. Kansas City oder Kansas City wird ihn nicht machen. Und entscheidet sich stattdessen für jemand, der vorher eben auch schon weg war. Boye Maffee, Defensive Line, Minnesota. Die Chiefs müssen dringend in ihre Defense investieren. Mir ist es eigentlich fast egal, auf welcher Position. Ich finde, da sind viele, viele Lücken, an denen sie es besser machen können. Und gerade die schweren Jungs an der D-Line, die brauchen, finde ich, ein bisschen mehr Pepp. Da brauchst du frischen Wunden mal wieder. 29, 30, auch die Chiefs. 30, auch die Chiefs. Gleiche Spieler wie vorher. Jameson Williams, Wide Receiver, Alabama. Gut vorstellbar, dass er auch viel weiter vorne mittlerweile geht. Weil seinem Knie geht es wohl relativ gut schon, in Anführungsstrichen. Und das könnte tatsächlich sein Draftstock wieder reisen lassen. Ich sehe ihn trotzdem hier. 30 Bein Chiefs. Perfekt für die Chiefs. 31 Cincinnati. Hier hätte ich vorher. Davante Wyatt, den Defensive Liner. Und ich finde auch immer noch, Defensive Line ist hier eine gute Lösung. Sehe aber jetzt hier nicht den Spieler, der meiner Meinung nach passt oder der in dieser Position passt. Deswegen entscheide ich mich für Kyler Gordon, Cornerback Washington. Der zweite Washington Corner in der ersten Runde. Und da teilen sich halt die Meinungen. Es gibt eine Menge Leute, die McDuffie total geil finden. Und es gibt auch viele, die sagen, na, 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 pass mal auf, der Gordon wird in der NFL der Bessere sein. Cincinnati kann auf jeden Fall Hilfe auf Cornerback gebrauchen. Und entscheidet sich für den jungen Mann aus Washington. Und der letzte Pick der ersten Runde, Detroit, von den Ramsden-Picks. Hier hatte ich vorher einen Cornerback, der auch schon weg ist. Ich bleibe dabei, kein Quarterback. Ich weiß, 50er Option und so weiter und so fort. Ich sehe aber nicht, dass das wirklich der Weg ist, den Detroit geht. Jalen Petrie, Safety Baylor. Spannender Spieler. Es gibt tatsächlich durchaus drei, vier Safeties, die Ende der ersten Runde bis Mitte zweiter Runde weggehen könnten. Ganz spannende Position. In dem Fall sehe ich Petrie von Baylor hier an 32. Weiter, 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 weiter geht's. Zweite Runde. Das ist doch jetzt hier das Geilste, die erste Runde. Ihr habt da doch die Jungs eh schon fast alle gehört. Irgendwie mal die Namen und die Picks und so weiter. Ja, ja, so ein super Trade. Trotzdem, zweite Runde. Das ist doch geil. Also, 33, Jacksonville. Der Zirkus in Jacksonville verstärkt weiter die Front Seven. Logan Hall, Defensive Line Houston. Wenn man das bedenkt, Hall, Hutchinson, Allen. All die Jungs, die die letzten Jahre so geholt wurden. Dann könnte das eine gute Unit werden. 34, Detroit. Ich bekomme mehr mehr das Gefühl, dass Quarterback hier wirklich gar nicht unbedingt in dem Plan des Teams ist. Zumindest jetzt nicht, nicht so früh. Einfach, um wirklich das Team zu verstärken und zu sagen, Jared Goff hat nur noch ein Jahr Vertrag. Wie es weitergeht, keine Ahnung. Aber er hat sich doch zumindest den Benefit of the Doubt verdient, um weiter unser Mann zu sein. Denn mit dem Kader konnte man auch nicht viel mehr reißen. Aber wir arbeiten dran. Und deswegen kriegt er jetzt auch eine Waffe. Jahan, Dutton, Wide Receiver, Penn State. 35 Jets. Gewartet. Belohnt. Ja, haben gesagt. Wir nehmen erst den Receiver. Setzen durch den Tackle, Fall so ein bisschen darauf, dass einer uns in den Schoß fällt. Und schau an, wir sprechen ab sofort Deutsch in New York. Bernhard Reimann, Tackle, Central Michigan. 36, die Giants. Investieren weiter gut nach einer wirklich starken ersten Runde. Dexton Hill, Safety, Michigan. Könnte meiner Meinung nach hier ein richtig guter Pick sein. Houston an 37. Ich glaube, jetzt tut man das, was man vielleicht auch sonst in der ersten Runde getan hätte. Die Offensive Line verstärken. Mit einem jungen Quarterback ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Daniel Fahlele. Offensive Tackle. Minnesota. 38. Die Jets. Den Pick haben sie von Carolina. Auch hier wäre Safety eine Option. Wie gesagt, das ist für mich eine Position, die in der zweiten Runde, glaube ich, einige Male aufgerufen wird. Aber dieser Spieler ist zu verlockend. Und Zach Wilson wird ein Tänzchen aufführen. Breeze Hall, Running Big Iowa State. Yes. 39. Trade. Wir haben einen Trade. Chicago wird aktiv, tradet nach unten. Denn Chicago sagt sich, das, was wir hier brauchen, das kriegen wir auch ein paar Ticks später, Atlanta sagt sich, das, was wir jetzt hier wollen, das kriegen wir wahrscheinlich mit Seattle und Indy, die normalerweise jetzt vor uns picken würden, nicht. Sie traden hoch von 43 an 39. Geben noch etwas späteres ab und holen sich Matt Corral, Quarterback Ole Miss. Hatte ich ihn im letzten Mock mit einem Trade-Up in der ersten Runde gegeben. Für mich ist es aber immer wahrscheinlicher, dass Matt Corral kein First-Run-Quarterback ist. An 39, glaube ich, wäre das ein sehr solider Pick. 40, Seattle mit einem Pick von Denver. Eine Kobe-Dean, Linebacker Georgia. Ich denke nicht, dass Quarterback eine Option für Seattle ist. Vielleicht wäre er in Corrals gewesen, aber ich denke, der Quarterbacker ist eher der Mann, den sie haben wollen. Deswegen sehe ich Quarterback gar nicht als Option. Eine Kobe-Dean, Linebacker Georgia. 41, wieder Seattle und sie bleiben in der Defense. Arnold, Ibiketschi, Edge-Rusher, Penn State. Jetzt hättest du einen D-Liner geholt, einen Edge-Rusher und einen Linebacker mit den ersten drei Picks. Und auf einmal ist die Legion of Doom wieder vielleicht was in Reichweite wäre. 42, Indianapolis mit einem Pick von Washington. Der muss sitzen. Der erste Pick im Draft, den sie haben. Sie haben nicht so viele Picks, deswegen ist meiner Meinung nach noch keine Zeit für Quarterback-Experimente. Sie müssen hier wirklich eine Waffe holen, entweder für die O-Line. Cornerback wäre auch ein Thema. Oder aber einfach mal eine Anspielstation. Traylon Burks, Wide Receiver Arkansas, kann man nicht tiefer fallen lassen, meiner Meinung nach. 43, dann Chicago mit dem Pick von Atlanta. Jamari, Salier, Guard, Georgia. Und 44, Cleveland, auch endlich am Start. Travis Jones, Defensive Line, Connecticut. Wide Receiver ist eine Option, aber ich sehe hier eine Interior-Defensive Line. Und tatsächlich den größeren Need bei den Browns. 45, die Ravens. Jetzt wäre Edge-Rusher eine Option. Es ist ein gewisser Risiko-Pick, aber es könnte auch ein richtig geiler Pick sein. David Ojabo, Edge-Rusher, Michigan. 46, Minnesota. Ich glaube, wo sie dringend noch Bedarf haben, ist an der Interior-Defensive Line. Und da trifft es sich gut, dass DeMarvin Leal, Texas A&M noch available ist. 47, Washington mit dem Pick von Indy. Skymore, Wide Receiver, Western Michigan. Washington, glaube ich, muss auf der Receiver-Position sowieso was tun. Und wenn dann McLaurin vielleicht wirklich noch mit einem Holdout und so weiter, umso wichtiger. 48, erneut Chicago mit einem Pick von den Chargers. Nick Bonito, Linebacker, Oklahoma. Ich glaube, die Bears müssen einfach was tun, um ihren Pass-Rush ein bisschen zu verjüngen und aufzupeppen. Gerade nach dem Weckgang auch von Khalil Mack. Deswegen ist das für mich hier ein sehr solider Pick. 49, die Saints. Die Saints sind wieder am Start. Nachdem sie in der ersten Runde den Quarterback geholt haben, brauchen sie jetzt aber auch jemanden, der im Ball fängt. Michael Thomas ist eine Granate, aber irgendwie ist es jetzt gefühlt auch schon zehn Jahre her, dass Michael Thomas mal wie eine Granate gespielt hat. Christian Watson, Wide Receiver, North Dakota State, ist, glaube ich, ein Spieler mit wahnsinnig viel Upside. Und ich finde, an der Position wäre das ein richtig guter Pick und eine absolute Hilfe. 50, die Chiefs mit einem Pick von Miami. Roger McCreary, Cornerback, Auburn. Cornerback ist dringend Cornerback. Neat ist da. Definitiv bei den Chiefs. McCreary, kleines Kerlchen, aber ein absoluter Playmaker. 51, Philadelphia. Boston, Scott & Co. sind nett. Aber Kenneth Walker, der Jota, Running Back Michigan State, ist eine böswillige Bowlingkugel. Sollte man sich dringend, dringend holen. 52, Pittsburgh. Sean Ryan, Offensive Tackle, UCLA. Ich glaube, das ist die größte Schwachstelle der letzten Jahre. Immer noch die Offensive Line, da muss investiert werden. 53, Green Bay mit einem Pick von den Raiders. Ja, Trey McBride, Tidane, wäre available. Vielleicht sogar noch ein zweiter Wide Receiver. Da gibt es auch noch den einen oder anderen. Aber das sehe ich bei den Packers dann tatsächlich eher dritte und vierte Runde. Eine Position, wenn sie es richtig machen, dann holen sie sich hier einen Air Trusher, um einfach die Lücke, die Zedaria Smith hinterlassen hat, zu füllen. Die war zwar letztes Jahr quasi nicht da, die Lücke, weil er nicht gespielt hat. Aber ein bisschen mehr Tiefe hier kann helfen. Drake Jackson, USC. 54 sind die Patriots dran. Aber nein, sie sind es nicht. Es gibt einen Trade. Detroit geht nach oben. Detroit kommt aus der dritten Runde hoch. Die Patriots suchen meiner Meinung nach einen Cornerback. Ist hier aber in dem Sinne, kann man nehmen, muss man hier aber nicht nehmen. Deswegen gehen sie runter in die dritte Runde. Das ist so typisch Patriots, würde ich sagen. Und das ist ein guter Spot für Detroit, um dann jetzt doch aktiv zu werden. Sam Howell, Quarterback, North Carolina. Das ist, glaube ich, das, wenn sie hier in der Position kriegen. Guter Move. 55, Arizona. Sehe ich ähnlich. Auch Cornerback könnte hier nicht sein. Sehe aber jetzt nicht zwingend, wie eben schon bei New England gesagt, die Position, dass sie jetzt gerade hier da ist. Wer aber bei vielen relativ weit oben in der zweiten Runde an Bord steht und hier noch available, ist George Pickens, Wide Receiver Georgia. Und die 56, Dallas. Weiterhin keine sexy Picks. Aber ich finde, Defensive Line muss eine Priorität sein bei Dallas. Mijay, Sanders, Defensive Line Cincinnati kann hier definitiv für Aufwind sorgen. 57, Buffalo. Isaiah Spiller, Running Back, Texas A&M. Ich glaube schon. Könnte sehr gut passen. Die Bills haben nicht viele Löcken. Das Run Game kann sicherlich ein bisschen mehr Feuer vertragen. 58, Atlanta mit einem Pick von den Titans. Wichtige Needs wurden bedient. Jetzt wird ein weiterer bedient. Josh Peschel, Edge Rushett, Kentucky. 59 wäre eigentlich ein Pick der Packers. Das ist jetzt in meinem Mock Pittsburghs Pick. Nach dem Deal aus der ersten Runde. Die schlechteste Rushing-Defense der letzten Saison. Die braucht dringend ganz viel Beef in der Mitte der Defensive Line. Fidarian Mathis, Defensive Tackle, Alabama. Schreit förmlich danach. Und 60, Tampa Bay. Ein Guard in der ersten Runde. Was fehlt jetzt? Interior Defensive Line in der zweiten Runde. Perrion Winfrey, Defensive Line, Oklahoma. Da sind sie. Die letzten vier Picks der zweiten Runde. Leute, haltet euch fest. Es geht nochmal rund. Hier sind die 49ers. Endlich auch mit am Start. Guard, Cornerback hätten für mich Priorität bei den 49ers. Ich entscheide mich aber für einen Spieler. Ich lese euch mal so ein bisschen vor, was der Spieler kann. Inside spielen, outside spielen. Sehr gefährlich bei Screens. Ist es gewohnt, auch Bälle aus dem Backfield entgegenzunehmen. Keine Angst vor Kontakt. Klingt bekannt. Ja, ja, klingt bekannt. Naja, das Deeper Samuel Drama, das bindet die 49ers und könnte sie tatsächlich hier in die Position bringen, dass sie sagen, wir müssen eine Alternative finden. Und deswegen entscheide ich mich jetzt, Stand jetzt vielleicht entscheidet. Ändert sich auch alles noch in den nächsten Tagen. Khalil Shakir, White Receiver, Boise State. 62 die Chiefs. Defense, weiter in die Defense investieren. Leo Chanel, Linebacker, Wisconsin. 63 sind nochmal die Bengals dran. Wie oft bei Teams, die so spät picken, weil sie so geil waren im letzten Jahr. Die Lücken sind nicht riesig. Ich entscheide mich tatsächlich eher für eine Absicherung. Falls irgendwie was mit Bates und so weiter sein sollte, Lewis sein, Safety, Georgia. Und in 64 nehmen dann auch die Denver Broncos endlich dran teil am Draft. Und nachdem auf Titan mittlerweile eine ordentliche Lücke ist, passt es wie Faust aufs Auge, hier Trey McBride, Titan Colorado State zu nehmen. Erster Titan endlich von Bord. So, das war's. Boom. Zwei volle Runden. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Habt viel Spaß beim Draft dann draußen. Tschö, tschö. Tschö, tschö, tschö.